Hallo und herzlich willkommen zu World of Warplanes Let's Fly Folge 12 mit der F3F auf Hafen. Ja, ich mag die F3F, weil die ist so knubbelig und so schön und so putzig und so süß. Ich mag die einfach. Man möge es mir verzeihen. Ich mag sie. Punkt. Weil ich sie toll finde. Punkt. Punkt. So ist das. Ganz einfach. Ganz einfach so und nicht anders hoch mit uns. Bewegt seinen Arsch nach oben. So, jetzt mal schnell den Neigungswinkel so ein bisschen anpassen, dass wir nicht gleich abschmieren. Wir werden langsamer. Das ist unschön. Nicht langsamer werden. Hallo? Was machst du noch? Ah, jetzt haben wir eine konstante Geschwindigkeit und noch ein bisschen Steigungsdingen dazu. Das ist schön. So. Oh, da unten geht die Party ab. Okay, schauen wir mal, dass wir hier was erwischen. Das ist mein Ziel. Ziel getroffen. Das ist super. Wo ist denn mein Ziel? Wo ist mein Ziel? Wo ist mein Ziel? Da ist mein Ziel. Da ist mein Ziel. So. Schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen was an Schaden gemacht kriegen. Das wäre mal echt was Neues für uns. Waffen über jetzt. Ja, ja, ist okay. Ah, meine Güte. Ja, komm. Komm, 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 komm. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Yes. Sehr schön. Der war schön. Soll mal einer sagen, der wäre nicht schön gewesen? Ich bin gerade ein wenig stolz auf mich. Lasst es mich, ich darf das. So. Da geht gut was ab hier gerade. Wo ist denn sein? Wo ist denn sein? Zielbobsel. Da ist sein Zielbobsel. So. Ja, ja, Waffen über jetzt, Waffen über jetzt, Waffen über jetzt. Das Problem ist, was ich jetzt habe, ist, dass ich zu nah an ihm dran bin. So, mal hier ein bisschen wegkommen gerade. Wir sind fast ausgelöscht, was natürlich für mich sich gerade in keiner guten Position auswirkt. Das ist natürlich dezent schlecht. Flugzeug zerstört. Nun, wir sind jetzt hier auf einer Pokerwolf 57, die eine der zwei verbleibenden Flugzeuge ist, die wir noch hier haben. Ich habe aber bloß eine Hilfe auf die Zerstörung gekriegt. Aber das ist ja jetzt, ähm, nun, aber ich glaube, der Feind ist da. Wo ist er denn? Feind? Feind die Feind. Ich sehe dich auf der, ich habe dich auf der Karte gesehen. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Tja, nun. Doch, da sind sie doch. Irgendwo sind sie doch. Da sind sie. Jetzt lässt er sich ohne Gegenwehr von hinten zersiegen. Versucht nicht mal auszuweichen. Nimmt sein Schicksal einfach so hin. Tja, schade. Das ist schade. Wir werden verlieren. Ja, wir werden verlieren. Wir haben verloren. Spiel, wir haben verloren. Aber schön, dass du es merkst. Das ist super. Gut. Tja. Nun. Was soll's. Da, 199 von 225 Schaden habe ich gemacht. Hätte mir ruhig lassen können. Und da haben wir nochmal 85 Schaden gemacht. Also, ich würde sagen, für meine Verhältnisse war das jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Hm. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und man sieht sich in der nächsten Folge von World of Warplanes, Let's Fly oder in einem anderen Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.